Eieiei Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, NotamMA. Die UFC 286 ist vorbei, wir haben einen Champion und zwar Leon Edwards Enstil, er hat es wirklich perfekt gekämpft. Einfach eine super Performance, ging in der ersten Runde schon rein, hat die Takedowns von Usman verteidigt und war dann einfach wirklich in seiner besten Form, in der man ihn jemals gesehen hat und ich glaube die Performance von Edwards beim letzten Fight war die schlechteste Performance von Edwards, die wir je gesehen hatten. Also die, wo er Usman per Headkick ausgenockt hat und man hat gesehen, ey, Usman ist auf jeden Fall nicht mehr der Alte. Ja, man hat gesehen, Usman ist auf jeden Fall nicht mehr der Alte, ist einfach jetzt mittlerweile out of seiner Prime. Ich hatte noch gelesen, dass gestern einer von euch geschrieben hatte, wenn Leon keine Obliekicks feuert, ist er dumm. Auf einmal geht er da raus und bearbeitet Usmans Knie und seine Beine komplett, sodass Usman da wirklich auch weggerutscht ist mitten im Kampf und wurde extrem beschädigt und ja, er hat Usman komplett neutralisiert, sowohl sein Wrestling als auch sein Striking. Im Striking hatte Usman gar keinen Stich, da hat Edwards immer wieder schöne Kombinationen gelandet und Usman eiskalt outstrikt und ich denke, Edwards ist auf jeden Fall legitimer Champion, aber gegen Covington, der wirklich 24-7 einfach nur rumwrestlet, könnte es auch nervig werden, könnte es anstrengend werden und ja, mal sehen, wie das Ganze ausgehen wird. Islam Makhachev akzeptiert auf der anderen Seite einen Kampf gegen Leon Edwards. Er will ihn nämlich im Oktober in Abu Dhabi haben. Ja, Islam Makhachev will direkt hochgehen ins Weltallgewicht, weil sein Kollege Usman verloren hat. Da hätte Islam nicht gegen Usman gekämpft, aber jetzt, wo Usman besiegt wurde, oder denkt er sich, ey, dann will ich die Chance auf meinen zweiten Titel haben. Ich will Leon Edwards in Abu Dhabi kämpfen. Edwards selbst war nämlich nicht begeistert von Kobe Covington als nächsten Gegner. UFC-Präsident Dana White machte jedoch klar bei der Pressekonferenz im Juli, ja, Covington ist auf jeden Fall der Nächste. Covington ist die Person, die als nächstes gegen Leon Edwards kämpfen darf und viele rasten gerade aus in den Kommentaren. Ich bin natürlich der Meinung, dass Covington ganz klar und deutlich nach Usman der zweitbeste der Division war, wenn nicht sogar even mit Usman, also wenn nicht sogar gleich auf. Insofern könnte es ein sehr interessanter Kampf werden. Usman ist älter als Covington, das heißt, Covington hat auf jeden Fall das Potenzial, noch seine Prime auszuschöpfen und Edwards tatsächlich zu besiegen und sich den Titel zu holen. Aber wir werden sehen, wie das Ganze ausgehen wird. UFC-Präsident Dana White war so überzeugt und sagt, nee, mir alles egal, ich diskutiere über gar nichts. Covington ist der Nächste. Shavkat Rahmonov wird gegen Badal-Muhamad kämpfen. Und ja, Burns kämpft hier gegen Masvidal. Hamza Cemal verlässt das Weltergewicht und geht die Gewitzklasse hoch ins Mittelgewicht und kämpft dort gegen die Top-3-Leute. Ob Edwards dann im Juli gegen Covington kämpft und dann im Oktober gegen Isla Machachev oder Isla Machachev gegen Covington, wäre halt auch super krass. Wäre eine richtig geile Sache zwischen Team Habib und Covington. Wäre eine Bombenpressekonferenz. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr über das Ganze? Wem wollt ihr als nächstes? Lasst ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei Notime. 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 Bis zum nächsten Mal hier bei Notime.